Die armenische Bartfledermaus ist eine extrem seltene oder bereits ausgestorbene Fledermausart aus der Gattung der Mausuhren. Sie ist oder war im Teil des Ewansees in Armenien endemisch. Das Artipitäten Hachastanicus bezieht sich auf die armenische Bezeichnung Hachastan für Armenien. Merkmale Die armenische Bartfledermaus ähnelt der kleinen Bartfledermaus und galt zeitweise als deren Unterart. Im Jahr 2000 erhielt sie aufgrund morphologischer Unterschiede Artstatus. Sie erreicht eine Kopfrumpflänge von 45 mm, eine Schwanzlänge von 39 bis 49 mm, eine Unterarmlänge von 34,5 bis 37 mm, eine Flügelspannweite von 20 cm und ein Gewicht von 4,5 bis 9 g. Die Haarbasis ist braun, der Rücken ist gelblich-braun, der Bauch hellgelblich bis weiß und die Flughäute sind hellbraun. Die Füße mit den Krallen sind kürzer als die halbe Länge des Schienbeins. Das Epibelme ist nicht entwickelt. Das Fell ist dick und lang, insbesondere am Rücken. Lebensraum und Lebensweise Die armenische Bartfledermaus wurde 1928 am Ostufer des Iwannsees nahe Soca in einer Höhenlage von 1800 m entdeckt. Über die Lebensweise ist nichts bekannt geworden. Vermutlich ähnelt sie der der Steppen Bartfledermaus. Der Lebensraum umfasst Wälder, Buschland und Schlafplätze in unterirdischen Stellen. Status Die armenische Bartfledermaus wurde an fünf Stellen im Tal des Iwannsees beobachtet. Alle Exemplare waren Weibchen, vermutlich aus Kinderstubenkolonien. Männchen wurden nie entdeckt. Der letzte bestätigte Nachweis stammt aus dem Jahre 1989. Seitdem gab es zwei ausgedehnte Suchaktionen, davon eine mehrtägige im Jahr 2003, bei der kein Exemplar mehr nachgewiesen wurde. Das Verschwinden der Art hängt vermutlich mit den Entwaldungen in Armenien seit den 1930er Jahren zusammen. Heute existieren 30 Exemplare in den Museumssammlungen.